In den Tiefen der Südspel von Marantula, besser bekannt als die Totenkopfinsel von Ozeanien, liegt es stets die Augen nach gefährlichsten Summebewohnern und unerforzten Kreaturen offen zu halten. Besonders für einen Animal Hunter ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Denn die Natur vergisst nichts. Sie nimmt es, was sie braucht. Die Ehren zeigt einzig und allein der stärkere Wille über Tod und über Leben. Kurz und gut. Der Sommerwettbewerb 2012. Reicht jetzt euren Dokumentarfilm ein.